Ich weiß nicht, die Arabs. Die Arabs sind sehr gut. Kein Problem, bis der Bewegung beginnt. Mein Großvater sagt mir, bevor der Bewegung beginnt, sie beobachten sich alle auf den Bordern, wie die Brüder. Die Idee von der Politik von den Palästinien und den Arabs beginnt, die all die Krieg sind. Nicht die Arabs, nicht die Jews, nicht die Judäische, nicht die Judäische, nicht die Muslime. Only die Menschen.